Ich habe gerade so große Lust diese Mission aufzugeben, weil sie einfach nur kacke ist. Wahrscheinlich brauche ich hier wieder Colm und Fervors und so weiter, weil Fervors deckt ja auch gerne auf. Da hätten sie Isensur aufgetaucht, auch das noch. Ich gebe auf. Das ist glaube ich die schwierigste Mission von den Fünfen. Tut mir leid, ich gebe es auf. Ich gebe es ehrlich auf. Ich mache diese Mission als letztes. Da ist wahrscheinlich sogar Balance of Twilight. Ich bin lustig, Balance of Twilight hat dasselbe Symbol wie die Downloadable Quests. Vor allem ist Balance of Twilight gar nicht hier mit dabei. Muss ich echt mal gucken. Darkness Falls, Valley of Serpents oder The Siege? Ach komm, Darkness Falls. Die Waves können nicht so schlimm sein. Majestate! Do you recall the legend of the evil whites, sticks and stones, who terrorized the northern reaches? While the locals inform us, that the crypts of these shades are nearby. Indeed, their evil influence can be felt, seeping into the land, causing the dead to rest easily. As long as sticks and stones dwell in this region, our expansion is threatened. You must find these ancient horrors, rest them from their slumber and dispatch them once and for all. Unfortunately, the two are as inextricably linked in death as they were in life. It is said, that while one lives, the other cannot truly die. Okay, also müssen wir sie beide ungefähr gleichzeitig töten. Mit dem Golf, was wir haben, baue ich auch gleich die Ranger-Gilde. Damit wir vier Ranger raushauen, den Palast upgraden und einen Doris-Tempel bauen. Weil so wie es sich anhört, haben wir es mit Untoten zu tun. Und wir machen unseren Magic-Bazaar besser. Weil diese Quest scheint kein Zeitlimit zu haben. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier Gnome ausbilden soll. Ihr Heinrich, wenn unser König ist, um zu prosperieren, braucht es mehr Heroin. Ihre Majesty, ein neues Gebäude ist complete. Die Karte scheint noch nicht so groß zu sein, ehrlich gesagt. Die Karte scheint noch nicht so groß zu sein. Es ist schade und�te eine neue Situation. Wie gut. Ah, also... Your Majesty, ein neues Gebäude ist complete. Entweder sind das schwache Vampire oder die haben wirklich wenig Lebenspunkt und ich habe es nie gemerkt. Your Majesty, our new building is complete. I have... Tax collector. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, the palace renovations are finished. In the name of the Sovereign. Sovereign, your marketplace now serves you better. Okay, der war hier. Sovereign, a building has been upgraded. In the name of the Sovereign. Sovereign. Sovereign, a building has been upgraded. Und wir sind ja eh gleich durch mit der Aufnahme-Session. Also werde ich wahrscheinlich ein Save einlegen. Ich finde es würdig. Your Majesty, our new building is complete. Praise Doros. Oh Gott sei Dank, sie haben den Vampir getötet. Praise Doros. Praise Doros. More gold, your majesty. More gold, your majesty. Christoph! Irgendwo habe ich gerade... Irgendwas ziemlich böses gehört. Sovereign, a building has been upgraded. The unholy are near. I feel... Vinala is tough. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Grays Doros. Tax collector. Energies of light. I feel revitalized. Grays Doros. Der Angriff hier, der Biester hier gerade. Ich frage mich gerade, kriegen die jetzt noch meinen... Turm tot? Nein, kriegen sie nicht. Gut. Oh Mann ey. Ich brauche jetzt erstmal dringend mehr Paladine. Nein. Halt! Tax collector. Tax collector. 12 Euro. Paladin. Pfeile. Dann als nächstes... ...pfeile. Oh, was hat sie eingesagt? Das war nicht sie. Achso, sie. Ja gut, die Map ist wirklich nicht groß. Als nächstes das Guardhaus ausbauen. Da müssen wir mal langsam gucken, dass wir unsere Schmiele weiter verbessern. Ich weiß echt nicht, ob ich Elfen holen soll. Gut, der Elfenbungalow, der verbessert meine meine Steuereinnahmen. Ich muss ja keine Elfen drin ausbilden. Ich muss ja bloß den Bungalow bauen. So, Veteran-Knaus. Magic Bazaar weiter. Aber erst mal den Marktplatz abgeräten und dann den letzten Paladin holen. Da bist du genau richtig gespawnt. Da wirst du nämlich beschossen und angegriffen. Die hat schon mal in Graveyard zu klumpen. Ob das so gut ist? Sehr schön. Dann wählen wir jetzt noch schnell den Marktplatz auf. Ich glaube, ich hole ja dann noch den letzten Paladin gleich an. Warum hab ich dann Comlin? In a complicated, unpredicted turn of events, a renegade tribe of Comlins pledged to help defend your kingdom. The scenes that they used to inhabit these lands that were driven out by the wild undead. They will do whatever is necessary damit to reclaim your homeland. Das finde ich nett, dass ich jetzt hier den Watchtowers gekriegt habe. Oh, sie hat den Tod gekriegt. Sehr schön. So, dann kommt das Geld für unseren letzten Paladin. Scheide, die Comlin' Watchtower kann ich nicht reparieren, aber egal. Arcade Tomb. Ah, wahrscheinlich liegt Dark and Spawn Power for Creatures of Evil. Okay. Das heißt, ich kann wahrscheinlich eigentlich die Ancient Graveyards alle auseinander nehmen, ohne dass es was ausmacht. Gut, aber jetzt ist unser letzter Paladin gespawnt. Das heißt, ich speichere hier mal. Die kann ich deleten. Und speichern. Und dann zum Main Menü zurückkehren. So, hier machen wir jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann.